Willkommen auf meinen Gartenkanal bei Janus Moratti, bei den exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schaut in Kanal-Info, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt und schaut auf meine Homepage vorbei und schaut bei meinem Merch-Shop vorbei, schaut bei ihr vorbei und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall und tut den Kanal kostenlos abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Livestreams mehr und keine Videos mehr. Heute damit die Mango umdopfen, das zeige ich euch jetzt. So, die Mango ist so in kleinen Topf gewachsen und er ist schon so groß. Und unten schauen die Wurzeln schon hinaus. So, jetzt tun wir mal die Erde hinein. Sehr gute Erde für die Mango. Mango. Jetzt brauchen wir eine Baumschere wegen dem Topf aufschneiden. Ich muss den vorsichtig aufschneiden, dass ich keine Wurzel verletze und dass er nicht so... Jetzt tue ich mal die alte Erde hinaus und abschütteln. So, jetzt haben wir ihn befreit. Jetzt tun wir mal einmal in Wasser eintauchen. So, jetzt tun wir die Erde dazu. Drauf backen. Die gute Erde. So. Und jetzt tun wir dann angießen. Jetzt tun wir die Mango noch angießen. Auch über die Blätter. Und jetzt kann sie durchwurzeln. Und jetzt tun wir den Kurkuma, was ich selbst gezogen habe, umdopfen. Das zeige ich euch jetzt auch. So, jetzt tun wir bis die Erde hinein. Der kann schon ein bisschen tief, der Kurkuma. Jetzt tun wir das ausdopfen. Schau mal, die Wurzeln. Da. Da mach die alte Pflanze hinein damit. Jetzt tun wir die Erde drüber an. So wird die gleiche Erde nehmen wir. So wird die Mango. So. Jetzt da mal ein bisschen schütteln, schütteln. Jetzt drücken wir mal die ganze Erde, was auf der Seite hinein. Und jetzt da mal noch eine drüber. So. 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 Jetzt da mal. Kurkuma. Da damit. So. 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 so jetzt können wir angießen jetzt gießen wir den kurkuma an so und jetzt kann man den reinstellen und dann kann der durchwurzeln so da haben wir mein hochbeet noch und hier haben wir den kurabi und salat so tschüss leute abonniert meinen kanal daumen hoch schaut in die video beschreibung schreibt mir gerne in die kommentare schaut kanalinfo schaut bei i vorbei und am ende des videos kann zu drei videos andrücken und mein logo andrücken und abonnieren teilt das video mit eure freunde familie bei facebook bei whatsapp auf instagram auf snapchat überall und nutzt den kanal kostenlos abonnieren und aktiviert die glocke dann verpasst ihr keine videos mehr und kein livestream mehr bis zum nächsten video der gärtner janus muratti ciao ciao oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020